ja leute es geht weiter das nächste video für heute los geht's leute glaubt nicht was gerade passiert ist ich wollte gerade auf klo gehen und auf einmal höre ich so ein klopfen an der tür und dann mache ich die tür auf und da ist eine schwarze box mit so komischen gesichtern drauf ich habe mir jetzt direkt die kamera geschnappt ich werde mit dem mit diesem paket zu machen und ihnen das zeigen und ich zeige es euch leute okay das ist ja schon mal gut an hier was ist jetzt mit dem brief wird noch den brief öffnet was sind das bitte für gesichter krank ich werde das jetzt mal zeigen ist das was ist das junge es ist das war von der Was tust du hier auf meinem Bett? Was tust du hier auf meinem Bett? Guck mal, was sind da für Köpfe, Mann? Was ist denn jetzt hier los? Ist jedenfalls nicht die Game Master Maske, ne? Hier ist ja der bereit. Ihr wisst ja wie die aussieht. Wenn ihr die jetzt nicht von mir gesehen habt. Ich will Leuten auch schon zeigen, was das hier für eine Box ist. Lass sie mal. Hat der irgendwas geschrieben bei Game Master oder so? Nein, ist das von Game Master? Ich denke, oder? Von wem sonst? Was sind denn das für Gesichter, Alter? Richtig krank. Ich dachte, dass sie das für ein Game machen. Aber die andere gestanden sind, keine Ahnung. So viel die andere gestanden sind. Was hat das zu bedeuten, Alter? Weiß ich nicht, Mann. Überall, an jeder Seite sind so Köpfe, ne? Was sollen wir denn mit machen? Ich würd sagen... Lass mal kurz in die Küche gehen oder so. Wer hat X geschrieben oder so, ne? Nein. Ist das schwer? Oh, das ist schon ein bisschen schwer. Ja, aber schon was. Okay. Lass auf jeden Fall ordentlich Zeug drin. Ich weiß, dass das hier eine Bombe ist oder so. Ja, ich brauche ein bisschen Schiss, Mann. Ja, zack, zack, zack geschüttelt. So eine Bombe drin. Komm, wir packen das mal auf, oder? Ja, noch mal. Okay. Wie sollen wir das öffnen, Alter? Wie ist alles zu? Irgendwann fahren. Ey, krank. Stell die Kamera jetzt mal auf. Ja, hol mal ein Messer oder so. Ja, komm, besser. Was geht hier ab, Alter? Ey, jetzt echt... Hose dich, Köpfe. Was ist das denn eine Maske, Junge? Ey, sie kann doch von Game Master sein. Von wem sagen. Ich weiß nicht, warum der jetzt so komisch sind. Andere Kreaturen, Masken, was soll immer das sein soll. Weil er hinten klatscht. Versuch das mal aufzumachen. Ich versuch mal vorsichtig. Oh, shit, Alter. Oh, oh. Okay. Okay. Oh, shit. Alter. Wow. Wow. Ist das Blut, Alter? Alter. Ach du heilige Scheiße. Ey, wir müssen es gleich direkt disziplizieren, die Hände und waschen, ne? Ey, das geht gar nicht gleich. Oh mein Gott. Ey, wir müssen gar nicht, womit das hier zu tun haben. Alter, Leute. Oh, shit. Hier sind so kranke Sachen drin. Was ist das? Was ist das? Ist das einfach in der blutigen Hand oder was ist das? Shit, das war. Äh, okay. Mhm. Ist das Blut hier? Ey, scheiße. Ey, es ist doch verrückt. Alter, guck mal. Ist das ein Gemälde oder was ist das? Keine Ahnung. Genau so krank wie diese Bilder hier oben. Ey. Ich weiß nicht, ob ich anfassen soll. Es ist voll. Alter, ist das eine Muni mit Blut oder was? Check das ab. Was ist das? Es ist richtig gruselig, Junge. Was ist das hier? Was ist das? Ja, hier sind wir. Warte. Alter, ich dachte halt. Alter, wie krank. Was soll das denn? Wenn euch irgendwas auffällt, schreibt sie in die Kommis. Ey, eine Rabenmaske. So eine Zwischenrabenmaske. Ja, guck mal hier, Junge. Das ist vom Game Master. Okay, Leute. Jetzt ist der Game Master wieder. Was ist das? Ja, das war ja klar. Ja, das war ja klar. Alles hier alles. War wieder klar, also vom Game Master. Hab ich ja gerade gesagt, war ja klar. Eine der ersten Masken, die man hier bei ihm, glaub ich, gesehen hat. So gelb. Ja, so gelb ich das. Also immer weiß. Ey, schlecht der ist an, Mann. Shit. Das ist echt komisch aus. Ja, er steckt euch eure gebrauchte, äh, seine gebrauchte Maske. Was ist das denn? So eine ewig lange Nase. Du Scheiße, Mann. Vielleicht krank so. Wie das aussieht, Alter. Veranstaltung in, äh. Wirklich sich düster. Alter, da ist ein Rantenskelett. Was ist das echt? Alter. Boah. Was soll das jetzt? Geil. Das sieht geiler aus als... Unser Hessle Gardino hier. Ja, der steht immer noch hier. Dieser olle Dino. Da. Steht da was? Hä? Das war eine 2, oder? Ich hab das mal. Hä? Das ist ein Hinweis? Hä? Das ist nur mit dem Code. Du sag mal hier. Ey, Leute. Im Mund. Das ist eine 2, das ist eine 2. Ey, das steht da jetzt hier. Ey, ihr müsst uns alles richtig gut angucken. Das ist ein neue Hinweis. Eine 2. Ja, Mann. Voll der Schrott. Oh mein Gott. Oh mein. Oh scheiße. Warte, warte. Nicht anfassen, nicht anfassen. Daumen hoch, wenn ihr das Video zu dem hier gewonnen habt, ja? Das können wir nicht zeigen. Ey, das können wir nicht an, Marvin. Pack die nicht an. Ich hole Handschuhe. Warte mal. Nein, ich pack die nicht an. Ich hab die schon angepackt jetzt. Ey, scheiße. Es ist jetzt auch zu spät. Ey, das können wir nicht zeigen. Wenn die echt sind, können wir das nicht zeigen. Ich kann mir nicht auf YouTube zeigen. Ey, Leute. Wir müssen das jetzt verpixeln. Ich weiß nicht. Ihr seht wahrscheinlich die Umrisse. Das ist eine. Ey, die sind echt. Ey, scheiße. Das wir hier anfassen schon. Eigentlich grenzwertig. Leute, das ist eine Pistole. Einzelne Pistole. Ich glaub, die ist safe gefälscht. Ey, das müssen wir erst mal checken lassen, ob die echt ist. Man erkennt doch vorne. Ich glaub, man hat vorne schon ein bisschen was erkannt. So was orangenes, rotes oder so. Ich glaub, das ist einfach wie eine Spielzeugpistole. Uah. Was war das denn jetzt? Das ist echt. Der fühlt sich echt an. Ist der ausgestopft oder was? Oh, Mann. Scheiße. Der sieht so echt aus, ne? Ey, Leute. Der ist safe nicht echt. Der ist so ausgestopft und fühlt sich so echt an. Alter. Das sieht doch mega unecht aus. Ich schwöre. Oh, Mann. Der fühlt sich echt an. Ey, was ist der ausgestopft oder was? Was schickt der uns hier? Deine Handschellen. Oh, er spielt auf Fessenspielchen. Film wieder auf dem Gedächtnis verband. Da hab ich schon Gedanken. Handschellen. Oh. Das sieht nicht echt aus. Das sieht cool aus. Weil es überall so gleichmäßige Punkte sind. Ich glaube, das ist jetzt nicht echt. Was soll das? Ja, war eine Flagge oder was? Das ist nicht echt. Ich weiß gar nichts davon. Ist natürlich echt, ne? Ihr wisst es ja. Wir wissen es alle. Aber es gibt ja auch nur zur Unterhaltung. Das ist ein Anhänger. Kann man das aufmachen? Ach so. Ist das eine Uhr? Oder so? Hä? Eine Uhr? Er will euch schicktotisieren oder so. Leute, hier ist eine Uhr drin. Was ist jemand anders? Mhm. Alter. Ein Anhänger mit einer Uhr. Hä? Ist hier ein Tresor? Mit Code ist das... Schon wieder so ein Ding. Wir hatten ja schon mal. Ich mein, wir hätten schon mal so einen. Ja. Warte, wir haben noch eine Zahl bekommen. Zwei. Ja, genau. Wir müssen uns eh noch die Sachen angucken. Vielleicht müssen wir Zahlen suchen. Alter. Leute, das ist was? Das ist ja auch das Hinhalt. Mal alles weg. Wir müssen alles mal angucken. Also. Bei der Latte waren ja zwei im Mund, ne? Ja, der Brief hat die immer noch nicht geöffnet. War hier irgendwas? Was ist? Oh Gott, Alter. Weil ich die Sachen nicht eingefasst habe. Ich hoffe, du hättest. Ja. Juck dich nicht. Du musst gleich direkt duschen. Das heißt kratzen, nicht jucken, Leute. Das heißt kratzen, nicht jucken, Leute. Das ist irgendwas. Okay, das ist ein bisschen schmerz. Wir müssen jetzt suchen, Alter. Alles genau anders. Leute, wenn wir was finden, sagen wir euch Bescheid. Und schreibt es in die Comis, was wir uns übersehen haben. Keine Ahnung. Hä? Wie war denn zwei? Halt jetzt, halt jetzt mal. Wie krass ist das denn? Hier in dem Ding? Seht ihr das? Und wenn man das umdreht? Da kommt ne zwei da raus. Ey, das ist auch ne zwei, ne? Glaube ich. Oh, das ist ne umgedrehte Zahl. Guck mal, das ist ne zwei. Guck mal, das ist ne zwei. Das ist auch ne zwei. Ey, also schon mal zwei und zwei, ne? Zwei, zwei. Okay, aber der hat sich hier schnell. Zwei, 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 zwei. Vielleicht noch mehr. Je nachdem wie viele Zahlen... Äh, wie viele... Ne, was drin? Warte. Wow. 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 Huch. Das ist lustig. Aber hier ist nix. Nix. Warte, okay. Okay. Zwei, zwei. Warte. Warte. Oh. Ja, das ist ja logisch. Game Master. Ja, das ist ja logisch. Wenn ich ja schreiben soll, dann gib einen Daumen hoch. Genau. Und schreibt an die Kommis, was ihr denkt, wohin das Ganze führt. Dann können wir diesen Tresor hier öffnen. Der ist anscheinend... Ja. Es ist der gleiche wie schon mal. Dann schnimm mal so einen, ne? Genau. Die gleiche Art von Tresor. Oh, wie war die alte Nummer nochmal? Ich denk mal nicht, dass es das ist. Ich denk gar nicht. Wir müssen doch nochmal in die Videos reinschlippern. Ja, Mann. Alles. Gucken wir uns doch mal ein altes Video oder zwei. Wie gesagt, sollen wir dem schreiben, dass wir bereit sind? Genau. Gib einen Daumen hoch. Ey, ich weiß nicht, was der jetzt will schon wieder, ne? Oder irgendwie, wenn ihr den Code irgendwie knacken könnt, dann schreibt die Zahlen. Oder vielleicht habt ihr irgendwas gesehen, was wir nicht gesehen haben? Ja, und? Sagt uns genau in die Kommis, worauf wir achten sollen, falls euch irgendwas aufgefallen ist. Und ja, wir müssen da eigentlich dranbleiben. Ja, Mann. Und das ist ja auch. Wir checken auf die echtes Leute. Das müssen wir noch kontrollieren, Alter. Peace. Ja, das war's mit heute. Morgen, wie gesagt, geht's weiter. Wir nähern uns jetzt immer langsam dem Ende von der sozusagen Staffel 1. Und für mich ist das Ganze ja noch nicht vorbei, denn wir machen ja auch noch... Ich reagiere auf jedes Game Master Video, was wir haben. Und deswegen würde ich sagen, ja, erstmal bis zum nächsten Video morgen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.